In diesem Video lernt ihr unsere 4-jährige Mirabelle kennen. Sie ist 45 cm groß und ist aktuell bei uns auf der Pötchenfarm in Portugal. Kaum zu glauben, aber die zauberhafte Mirabelle hat mehrere Jahre ihres Lebens im staatlichen Tierheim verbracht, ohne dass jemand sie je adoptieren wollte. Generell haben es erwachsene Hunde in Portugal schwer adoptiert zu werden und Mirabelles auffälliger Unterbiss hat ihre Chancen bestimmt nicht gerade erhöht. Probleme hat sie damit aber keine und wir finden, sie wirkt dadurch noch einzigartiger. Charakterlich hat sich Mirabelle bei uns als absoluter Goldschatz entpuppt. Sie liebt die Menschen, geht voller Vorfreude auf Streicheleinheiten und auf alle zu und genießt jedes bisschen Aufmerksamkeit, das wir ihr schenken. Mirabelle ist sozial, ausgeglichen, menschenbezogen, ohne aufdringlich zu sein und einfach nur lieb. Auch mit den anderen Hunden kommt sie gut zurecht. Wenn du Mirabelle ein Zuhause geben möchtest, dann melde dich doch einfach bei uns. Alle Infos dazu findest du in der Infobox. Sie ist gechippt, geimpft und kastriert.